hmmm na gut okay wir brauchen hmmm, das ist für mich schlecht, jetzt rissen wir mal einfach durch huh, anstrengender Bus, anstrengender Bus er ist nicht nutzvoll so, was brauchen wir denn ein bisschen aufladen bitte na, man regeneriert was brauchen wir denn noch sie auf Distanz aber nicht schlecht und hmmm Ausflüge Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Muss man versuchen ihr wisst nicht worauf ihr euch einlasst törichter Barde Kehrt sofort um bevor es zu spät ist in letzter Zeit ist es mir zur Gewohnheit kommt endlich zur Sache ich verspring das ähm Attacke Angriff schlug mal auf äh wenn man es mal indian sport schlug mal auf Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wer braucht man? Hier herrüber! Hier herrüber! Euer Retter ist hier! Seid ihr sicher, dass ihr mich mit der richtigen Hand führt? Nutzt Capuferos Technik! Hinten bleiben! Wartet hier! Ich werde hier warten! Nost Capuferos Techniken! Angriff! Ich kümmere mich darum! Ich muss jetzt gut laufen! Ja da muss ich jetzt gut laufen! Das ist sehr gut! Sie halten mir auch noch mit den beiden gegenwassen davon! Ja das könnte was werden! Ich habe das letzte Mal zwar auch gesagt, aber... Jetzt glaube ich nicht! Das ist kässlich, kässlich! Sie hält sich selber sehr gut! Das ist sehr gut! Sehr schön! Das ist eine gute Kombi! Das ist alles sicher wieder! Bleib endlich fest dazu! Ja das ist alles klar! Genau! Neue Verwaltung! Glocken Ahnung! Oh! 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 Seid ihr sicher, dass ihr mich mit der richtigen Hand führt? Nur ein bisschen, nur noch ein bisschen Boah, das ist so anstrengend Das ist so anstrengend Lilala Ich glaube, da wird es mir gut Drülle holen wir noch mal Ich Komm schon Gib auf Ich komme Yes! Boah. Das ist der dritte Turm. Stimmt, mein Liebster. Aber ihr solltet hier sein. Ich meine, körperlich. Nein, mein Liebster. Ich werde auf dem Turm in Downby gefangen gehalten. Ihr habt doch gesagt, ihr wäret im dritten Turm. Nein, ich habe gesagt, ihr müsst die Flammen in drei Türmen löschen, um mich zu befreien. Und das habe ich getan. Mein Gefängnis im Turm von Downby ließ sich nicht öffnen, solange eine der drei Flammen brannte. Jetzt könnt ihr zum letzten Turm kommen und mich retten. Auch körperlich. Mit meiner warmen, weichen Haut. Hört auf! Der Trick wird langsam alt. Selbst für mich. Und wie viele Länder muss ich noch durchqueren, bevor ich zu diesem sogenannten letzten Turm komme? Wie viele Boves und Instrumente muss ich sammeln? Und mit wie vielen Idioten muss ich mich noch unterhalten? Das war alles. Kommt einfach zum Turm. Das letzte Instrument, das ihr braucht, um den Turm von Downby zu öffnen, befindet sich im Besitz eines der Droiden beim Turm. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Und natürlich gibt es da ein klitzekleines Problem. Die Tür zu diesem Turm ist versiegelt und ich kann nicht mehr raus. Ich kann euch helfen. Dank eurer Bemühungen wird der Zauber schwach, der mich hält. Ich habe von Phoenix' Plan, euch einzusperren, gewusst und meine Kräfte gesammelt, um euch dieses eine letzte Mal unterstützen zu können. Mhm. Mhm. Interessant. Hört mal, könntet ihr vielleicht was herbeizaubern, das am Boden bleibt? Eine hübsche Kutsche vielleicht. Es besteht kein Grund zur Sorge. Ich erwarte euch auf dem Turm und ich sehne mich nach unserem ersten Kuss. Ich sage euch was. Falls ihr nicht da seid, könnt ihr mir einen Kuss auf den... Ich hasse Leute, die immer das letzte Wort behalten müssen. Und so machte sich unser tapferer Barde daran, das feurige Reittier zu besteigen, um durch den stürmischen Himmel zu reisen. Auf dem Weg zu seinem Schicksal und der... Entschuldigt mich. Mir wird schon flau im Magen, wenn ich nur ans Fliegen denke. Ich gebe es auf. Und so schwang sich unser tapferer Barde auf das feurige Reittier, klammerte sich zitternd fest und versuchte das Mittagessen bei sich zu behalten. Jetzt pass mal auf. Komm ich da? Ich möchte... Ich möchte mal gern bei dem Händler vorbei, um mir nochmal die Rüstung zu holen. Ich hoffe, ich komme da irgendwie jetzt durch. Äh, wir machen jetzt mal folgendes. Wir speichern hier mal kurz. So. Dann hole ich mir die große Karte. Ich muss einmal da unten durch. Oh, das wird anstrengend. Aber ich kann es schaffen. Nein, 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 ich bin gar nicht da. Was hat die Stimme da die ganze Zeit? Ist ja gut. War das hier mit dem Händler? Schon, ne? Jolo. Natürlich ganz nach unten gelaufen, fast. Guten Tag. Was habt ihr gesagt? Ja, ist gut. Ich brauche eine Rüstung. Der verrückte Torwald. Was könnt ihr mir darüber sagen? Blinzelt nicht. Atmet nicht. Bewundert einfach nur diese herrliche Rüstung. Schließt eure Augen. Berührt sie. Stellt uns einig. Ich nehme das gute Stück. Diese Rüstung besteht zwar aus Brau... Zeigt mir eure Schwerter und Keulen. Ganz gleich, ob ihr Kunal Trow oder doch nur die Hecke zurecht... Klingt interessant. Es schlitzt. Es schnitzt. Und es kann euch gehören, mein Freund. Free Crate. Das Schwert der Könige. Nein. Der Götter. Es ist wunderbar austariert. Und die Damen werden förmlich nach euch und eurem Schwert gieren. Die Größe spielt eben doch eine Rolle. Kipp schon her. Ich nehme das Ding. Auf Wiedersehen. Ich nehme das Ding. Ich würde echt gerne verstehen, was die da sagen. Gut, speichern. Gut. Kann es ja weitergehen. Down-Beaver, das, ne? Und dann? Wir wollen das. So weit ist es schließlich gekommen. Ein einsamer Mann. Ein Poet und Gauner, ohne nennenswerte Freunde, die im Fall des Falles sein Ableben betrauern würden. Selbst jene an seiner Seite sind eher Sklaven als lustige Kumpane, beschworen durch Zauberei und Gesang und ihm gegenüber so gleichgültig und kalt wie das Licht eines vorbeiziehenden Sterns. Aber um zu wissen, wo er ist und wohin er gehen könnte, muss ein Mann wissen, wer er ist und woher er kommt. Was? Was? Hierher zu kommen war ein Fehler, Barde. Ihr habt keine Chance, es an mir vorbei zu schaffen. Also kehrt um und verschwindet. Wenn ich keine Chance habe, wieso bietet ihr mir dann einen Ausweg an? Ohne eure Bestie habt ihr wohl Angst? Diesmal werde ich mich selbst um euch kümmern, Barde. Was ist der Typ, der uns? Um das zu wissen, müssen wir anderswo beginnen. Ich will das nicht alles nochmal durchmachen. Können wir bitte einfach fortfahren? Äh, tut mir leid. Der Augenblick hat mich einfach gefangen genommen. Genau wie euch. Das wird interessant. Das wird interessant. Das wird interessant. Das wird interessant. Das war's? Und auf ist er Willste Da 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 Hm 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017